Der tragische Fall von Shuling, der 1994 und 1995 in Peking stattgefunden hat, gilt bis heute als mysteriös und ist leider unaufgeklärt. Doch was ist mit der jungen Studentin geschehen? Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Shuling ist die Tochter von Wu Shengxi und Shu Mingxin. Ihr Vater ist Ingenieur und beide Eltern sind in der Abteilung für Geophysik an der Universität. Shuling ist 1973 geboren und studiert seit 1992 Chemie an der Xingxia Universität in Peking. Ihre ältere Schwester, Wu Jin, ist drei Jahre zuvor bei einem Ausflug mit Freunden zunächst verschwunden und dann drei Tage später tot aufgefunden worden. Die damaligen Ermittler bestätigen, dass ihr Tod ein Unfall war. Nach diesem schrecklichen Vorfall ist es für Shuling noch wichtiger, einen guten Studienabschluss zu erreichen. Im Oktober 1994 sieht Shuling plötzlich mehrere Tage lang verschwommen, ohne dass es eine erkennbare Ursache gibt. Sie hatte vorher nie Probleme mit ihren Augen und als sie sich untersuchen lässt, wird der Grund nicht gefunden. Die Symptome bessern sich nach einigen Tagen, treten dann aber nur wenige Wochen später erneut auf. Auch beim zweiten Mal bessern sie sich wieder von alleine, doch Ende November bekommt sie plötzlich schwere Magenprobleme und kann mehr als zehn Tage lang überhaupt nichts essen. Wieder ergeben die Untersuchungen keine Auffälligkeiten. Als Shuling dann aber ab dem 8. Dezember auch noch extremen Haarausfall bekommt, beginnt sie, sich ernsthafte Gedanken zu machen und die sind nicht unbegründet. Ihre Haare fallen ihr innerhalb weniger Tage alle komplett aus. Sie wird auf Arsen- und Quecksilbervergiftungen hin untersucht, doch sie hat keine erhöhten Werte. Sie bleibt im Krankenhaus, wo sie mit traditioneller chinesischer Medizin behandelt wird und als nach einem Monat, im Januar 1995, ihre Haare wieder zu wachsen beginnen, wird sie entlassen, ohne dass die wahre Ursache für ihre unheimlichen Beschwerden gefunden wurde. Zu der Zeit sind noch Semesterferien, doch am 20. Februar geht Shuling schließlich wieder zur Uni. Dann, nur eine Woche später, hat sie plötzlich wieder merkwürdige Symptome. Sie hat starke Schmerzen in den Beinen, die über zehn Tage hinweg immer schlimmer werden. Auch ihr Haar beginnt wieder auszufallen. Ihre Eltern lassen sie in eine neurologische Klinik bringen, wo der behandelnde Arzt zum ersten Mal den Verdacht einer Thalliumvergiftung äußert. Doch das Krankenhaus hat keine Ausstattung, um einen Test auf diese Vergiftung durchzuführen. Stattdessen werden Tests auf alle möglichen anderen Erkrankungen, wie Immunerkrankungen und Stoffwechselerkrankungen durchgeführt, um diese auszuschließen. Doch die Symptome werden immer mehr. Shuling hat Lähmungen in den Gesichtsmuskeln und kann nicht mehr richtig sprechen. Außerdem hat sie immer wieder Atembeschwerden. Die Ärzte schlagen schließlich eine Plasma-Austauschtherapie vor. Die ganze Situation ist schon schlimm genug. Doch bei der Plasma-Therapie wird Shuling dann durch verunreinigte Plasma-Spenden mit Hepatitis C infiziert. Auch die anderen Symptome schreiten weiter voran und Shuling fällt für fünf Monate ins Koma. Das Krankenhaus führt alle möglichen weiteren Tests durch, auf nukleare Antikörper, Leimborreliose und so weiter. Zwischendurch teilen sie der Familie mit, dass eine Thalliumvergiftung ausgeschlossen werden könnte, obwohl sie ja nie einen Test dazu gemacht haben. Im April 1995 beginnen Shulings Studienkollegen, ihre bisherigen Untersuchungsergebnisse ins Englische zu übersetzen und online zu stellen. Es ist ja erst 1995 und zu der Zeit war das Internet in China noch sozusagen unterentwickelt. Doch sie schaffen es, mit einem Arzt der amerikanischen Botschaft und weiteren ein Ferndiagnosenetzwerk aufzubauen. Mediziner auf der ganzen Welt können nun auf den Fall zugreifen und den behandelnden Ärzten ihre Einschätzung zukommen lassen. Im Gegensatz zu dem Krankenhaus, in dem Shuling behandelt wird, erhalten sie eine Thalliumvergiftung aufgrund der Symptomatik für sehr gut möglich und es gibt sogar einige Optionen, eine solche Vergiftung zu behandeln. Die Studenten sammeln die Behandlungsempfehlungen und bringen sie ins Krankenhaus, doch die Ärzte lehnen die Empfehlungen einfach ab. Durch die ablehnende Haltung des Krankenhauses machen sich Shulings Eltern natürlich Gedanken, ob sie richtig behandelt wird. Ein Arzt nimmt heimlich eine Blutprobe von ihr und ihre Eltern bringen sie gemeinsam mit H-Proben selbst in ein Labor des Gesundheitszentrums. Dort wird dann tatsächlich ein Thalliumgehalt in Shulings Körper festgestellt, der den normalen Gehalt tausendfach überschreitet. Shen Shenyang, der Professor, der die Probe durchgeführt hat, veröffentlicht einen Testbericht, in dem er beschreibt, dass er vermutet, dass Shuling zweimal vorsätzlich mit Thallium vergiftet wurde. Doch wie bzw. von wem könnte Shuling vergiftet worden sein und vor allem warum? Nachdem die Testergebnisse bekannt sind, ist das Krankenhaus immer noch nicht kooperativ. Sie lehnen das geeignete Medikament ab und wollen Shuling weiter mit dem Medikament gegen Schwermetallvergiftung behandeln, das schwere Nebenwirkungen auslöst. Shulings Eltern organisieren das Medikament selbst aus Restbeständen anderer Krankenhäuser und überzeugen den behandelnden Arzt endlich mithilfe des Giftkontrollzentrums aus Los Angeles, zu dem sie telefonischen Kontakt haben. Nach einer mehrwöchigen Behandlung kann dann auch schließlich kein Thallium mehr in Shulings Körper nachgewiesen werden, doch leider sind die entscheidenden Schritte zu spät erfolgt, da die Behandlung mit dem richtigen Medikament zunächst von den Ärzten abgelehnt wurde. Shuling hat schwere neurologische Schäden davon getragen, kann nicht mehr richtig kommunizieren und ist fast vollständig erblindet. Nachdem die Thalliumvergiftung bestätigt wird, suchen ihre Eltern sofort den Chemieprofessor der Universität auf, da sie erst annehmen, Ling könnte versehentlich dort im Labor mit dem Thallium in Kontakt gekommen sein. Doch der Professor schließt dies komplett aus. Er sagt, Ling habe nie mit der Substanz gearbeitet und die Sicherheit im Labor sei außerdem bei allen Arbeiten mit Chemikalien gewährleistet. Nachdem die Möglichkeit, dass Ling sich die Vergiftung im Labor selbst zugezogen hat, ausgeschlossen wurde, wählen die Eltern sich bei der Polizei, damit eine Untersuchung durchgeführt wird, woher das Gift kam. Außerdem bitten sie Links drei Mitbewohnerinnen aus dem Studentenwohnheim, aus dem Zimmer auszuziehen, dass sie sich mit Ling geteilt haben, damit die Polizei ihre Dinge dort untersuchen kann. Zu der Zeit ist bereits bekannt, dass Schu Ling Konflikte mit zwei ihrer drei Mitbewohnerinnen hatte, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sie sich bisher geweigert haben, Ling im Krankenhaus zu besuchen. Durch die angekündigten Untersuchungen der Polizei ziehen die Mitbewohnerinnen sofort aus, doch in den nächsten Tagen verschwinden plötzlich eine ganze Reihe von Links persönlichen Gegenständen aus dem Zimmer, darunter viele Kosmetikprodukte, ihr Kontaktlinsenbehälter und ihr Zahnputzbecher. Sollte das Gift in ihrer Kosmetik gewesen sein oder in der Kontaktlinsenflüssigkeit? Warum hat der Täter es dann erst jetzt beseitigt? Hatte er vorher keine Gelegenheit, da die Mitbewohnerinnen noch dort gewohnt haben? Oder war es eine von ihnen? Währenddessen stellt die Polizei fest, dass es in ganz Peking zu der Zeit nur rund 20 Labore und Unternehmen gibt, die Thallium oder Thalliumsalze bei der Arbeit verwenden. Aus diesen Unternehmen gibt es insgesamt etwa 200 Personen, die Zugang dazu haben. Die Polizei beginnt, diese Personen zu überprüfen. Dies dauert ganz schön lange und sie finden keine Verdächtigen. Wie der Professor der Uni bereits versicherte, hatte Schuling selbst keinen Zugang zu dem Thallium des Labors. Überhaupt hatte zu der Zeit des Vorfalls nur eine einzige Studentin Zugang zu dem Gift, und zwar Sunwe, eine der drei Mitbewohnerinnen von Schuling. Sie ist aber bislang noch nicht mal von der Polizei befragt worden. Sie hatte übrigens zuvor keine Konflikte mit Ling. Es waren die beiden anderen Mitbewohnerinnen, die Probleme mit ihr hatten. Währenddessen, es ist mittlerweile 1997, und zwei Jahre sind seit dem Vorfall vergangen, hat sich Schulingszustand kaum gebessert. Sie ist immer noch fast vollständig blind und kann sich nicht mehr selbst versorgen. Sie ist auf ständige Hilfe angewiesen. Ihre Eltern wenden sich erneut an die Polizei und bitten nochmal ausdrücklich darum, Sunwe endlich genauer zu überprüfen. Sie studiert immer noch und hat auch immer noch Zugang zu dem Thallium im Labor. Allerdings haben Links Eltern herausgefunden, dass sie bald mit ihrem Studium fertig sein wird und sie haben Bedenken, dass sie danach wegzieht und nicht mehr von der Polizei ermittelt werden kann. Die Polizei führt also ein Verhör mit der jungen Frau durch, doch kann wieder nichts Verdächtiges feststellen. Dies ist das einzige Mal, dass Sunwe wegen der Sache befragt wird. Danach stellt die Polizei keine weiteren Nachforschungen bezüglich ihrer eventuellen Tatbeteiligung an. Überhaupt gibt es danach keine nennenswerten Ermittlungen mehr, obwohl der Fall offiziell noch nicht als geschlossen gilt. Im Winter des Jahres veröffentlicht Links Mutter einen Brief, in dem sie schreibt, dass die Polizei eigentlich vermuten würde, dass Sunwe für die Tat verantwortlich ist, aber dass sie aus Mangel an Beweisen nichts tun können. Dann meldet sich noch ein weiterer Uniprofessor zu Bord, der einräumt, dass zwar wenige Studenten Zugang zu dem Thallium hätten, aber doch mehr als nur Sunwe. Doch es wird niemand mehr überprüft und keine weiteren Befragungen werden mehr durchgeführt. Im Herbst 1998 wird der Fall dann schließlich ungelöst geschlossen, aber wie Lings Vater mitteilt, wurden er und seine Frau gar nicht darüber informiert. Sie haben es erst auf eigene Nachfrage Monate später erfahren. Eigentlich absolut unverständlich, dass die Ermittlungen, obwohl es mehrere Verdächtige gibt, nämlich alle drei Mitbewohner von Ling und außerdem unzählige ungeklärte Sachverhalte, einfach eingestellt wurden, doch es ist natürlich so viel einfacher für die Behörden. Obwohl die Polizei nichts weiter unternimmt, bleibt das öffentliche Interesse an dem Fall bestehen und er wird weiter diskutiert. Aufgrund der großen Kontroversen um den Fall und den Verdächtigungen der Öffentlichkeit ihr gegenüber, wendet sich auch Sunwe im Jahr 2006 schriftlich an die Öffentlichkeit. Sie fordert eine neue, transparente Untersuchung des damaligen Sachverhalts und sagt ausdrücklich, dass sie in keinem Fall die einzige Studentin gewesen wäre, die Zugang zu dem Thallium gehabt hätte. Weiterhin erklärt sie, dass sie selbst erst bei dem Verhör im Jahr 1997 darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Uni gegenüber der Polizei behauptet hatte, dass sie die einzige gewesen sei, die Zugang hatte. Sie sagt, wenn sie dies zuvor gewusst hätte, hätte sie versucht, dies richtig zu stellen. Sie sagt außerdem, dass an der Uni niemand besonders darauf achten würde, wer sich an den Chemikalien zu schaffen macht. Um nachzuweisen, dass sich im Prinzip jeder im Labor der Universität bedient haben könnte, geht ihr Bruder, der kein Student dort ist, im Monat nach Sunwe's Verhör im Jahr 1997 mehrfach an die Uni und filmt sich dabei, wie er einfach verschiedene Substanzen aus den Schränken im Labor nimmt, diese anschaut, auf den Tisch stellt und weiter in den Schränken herum sucht. Niemand interessiert sich dafür, was er dort tut und er wird nicht einmal angesprochen. Es hätte also durchaus auch für andere Personen die Möglichkeit bestanden, sich dort zu bedienen und sicher waren viele Studenten im Bilde darüber. Sunwe zeigt die Aufnahmen ihres Bruders dem Parteikomitee der Universität und danach werden plötzlich strenge Sicherheitsvorkehrungen betreffend der Chemikalien eingeführt. Im Sommer dann, als Sunwe ihren Abschluss macht, weigert sich die Uni, ihr ihr Abschlusszertifikat auszustellen, da zu dem Zeitpunkt noch die polizeilichen Ermittlungen laufen und sie als Verdächtige gilt. Sie übergibt daraufhin die Aufnahmen ihres Bruders aus der Uni an die Abteilung für öffentliche Sicherheit. Schließlich, nach mehreren Monaten und vielen unschönen Auseinandersetzungen mit der Uni erhält Sunwe schließlich ihr Abschlusszertifikat. Der Fall ist also alles andere als eindeutig. Wollte die Uni Sunwe als Verantwortliche darstellen, um die Missstände im Management mit den Chemikalien zu vertuschen? Oder hat sie tatsächlich etwas mit Schulingsvergiftung zu tun? Wenn ja, was sollte überhaupt ihr Motiv sein? Jede Menge Fragen, doch der Fall wird ja kurze Zeit später geschlossen und trotz der zahlreichen Bemühungen der Eltern und auch Sunwe es bislang nicht wieder eröffnet. Allerdings vermutet Sunwe, abgehört zu werden und hat auch ein Foto im Internet gepostet, das zwei Wanzen zeigen soll, die sie zu Hause gefunden hat. Doch die meisten Nutzer sind der Ansicht, dass es sich bei den Wanzen um ganz normale Batterien handelt und dieser Kaffeebecher vermutlich mal Musik gespielt hat. Die Polizei hat ja nie richtig gegen Sunwe ermittelt. Warum sollten sie sie also Jahre später noch abhören? Aber auch die der Polizei zum Fall vorliegenden Informationen werden aus irgendeinem Grund nicht offengelegt, obwohl Linkseltern dies mehrfach beantragt haben und zwar bereits seit sie wissen, dass der Fall als geschlossen gilt. Dann gibt es noch einen mysteriösen Vorfall im Jahr 2013. Im Juni bekommen Linkseltern einen Brief, der in Las Vegas in den Vereinigten Staaten abgeschickt wurde. Der anonyme Absender schreibt folgendes, Zitat Wenn Schulingen sich nicht in die Angelegenheit einer anderen eingemischt hätte, wäre sie nicht von ihren Mitbewohnerinnen gemeinsam vergiftet worden. Mehr als zwei Jahre lang hat sie sie um den Schlaf gebracht. Bei allen im Wohnheim lagen die Nerven blank. Sie wollten Schulingen nur aus dem Wohnheim herausbekommen. Als der Brief kommt, liegt die Tat bereits 18 Jahre lang zurück. Auch die Bemühungen der Eltern, Informationen von der Polizei zu bekommen, sind bereits Jahre zuvor gescheitert. Was ist also das Motiv dieser Person, nach so langer Zeit diesen Brief zu schreiben? Ob Linkseltern den Brief der Polizei zeigen, ist unklar. Auf jeden Fall taucht drei Monate später, also im September 2013, plötzlich ein Foto des Originalbriefes auf der chinesischen Plattform Weibo auf, was das Interesse an dem Fall schlagartig wieder anheizt. Ein Nutzer weist darauf hin, dass er das Foto des Briefes an die Polizei weitergeleitet hat, aber keine Antwort bekommen hätte. Dies sind leider die letzten Infos, die es zum Fall gegeben hat. Die Polizei hat wohl keine Ermittlungen mehr aufgenommen und lässt die Sache auf sich beruhen. Somit scheint es für immer unklar zu bleiben, wer Schuling nun wirklich vergiftet hat und auch warum. Sie selbst war nach ihrer Vergiftung nie mehr in der Lage, irgendetwas zum Geschehen vor ihrer Vergiftung auszusagen bzw. einzuschätzen, ob der Konflikt zwischen ihr und ihren Mitbewohnerinnen wirklich der Auslöser für eine so schreckliche Tat gewesen sein könnte. Auch heute, fast 30 Jahre nach dem Vorfall, hat sich ihr Zustand nicht entscheidend gebessert. An die meisten Dinge, die vor ihrer Vergiftung geschehen sind, kann sie sich überhaupt nicht erinnern. Ein sehr trauriger Fall, der leider ungestraft geblieben ist. Was denkt ihr, hatten wirklich ihre Mitbewohnerinnen ihre Finger im Spiel? Oder will ihnen jemand die Sache in die Schuhe schieben? Lasst mir gerne einen Kommentar da und denkt auch daran, ein Abo und ein Like dazulassen. Falls ihr Lust habt auf noch mehr Kriminalfälle, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.